Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Part von Rainbow Six Siege. Wir haben dieses Mal Kanal, Geisel und den Random Guy Bastmatte mit uns am Start. Die sind im Zollamt im Keller. Äh, erste Etage meine ich. Zollamt, erste Etage. Okay. Keller, Keller, Keller. Hier, ich hab's da. Okay. Also die haben gleich den geilsten Spot bekommen, den sie bekommen konnten. Dann ist das da, wo der Boot drin ist. Vorsicht, die haben Frost, also die werden hinter Scheißdingern einen Fallen legen. Ja, es ist... Bandit haben die noch und einen haben die noch. Und Daniels Zitat so einfach aus dem Zusammenhang nehmen, ich bin kaputt. Ich versteck mich mal im Boot. Dass ich Blick auf die Geisel hab. Guck mal, ich bin extra zur Seite gegangen, weil ich Kuppa Zielen sehen hab. Mit Glasses ist das so. Wunsch ist vor noch am Arsch der Welt, ne? Aber übrigens hat keine Infos. Das nächste Mal dahinter ist noch ne Kamera, die es auch noch wegmachen kann. Mhm, äh, 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 äh. Mö, äh, äh, Mö, äh, 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 äh. Ja, aber ja, ja. Drei Maler, warum Arsch, äh, äh, das wär das Bild gewesen, wenn er zu schönen, ein Bob mir dann voll dieser Belohnungen wäre, wenn ich ihn schön hätte verpasst oder sowas. Ich bin jetzt am Felsorgung. Keiner von denen an die Fenster, krass. Keiner von den an die Fenster, krass. Neu! Wenn es da hoch. Wo, 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 wo? Tower! Der hat mir richtig ged... Ihr habt noch... Ich hab noch 21 HP. Bastenmatte ist doch... Auch offdown. Ich bin gleich tot. Der drückt mir richtig ausm... Keine Chance. Ich weiß nicht, der ist im Tower irgendwie. Keine Ahnung. Von wo? Sag mal wo. Durchs Boot hat er mich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es bei Bastenmatte auch nicht. Durchs Boot. Ich lag hinterm Boot und der hat mich durchs Boot gekehlt. Bandit. Vor allem aber auch mit der Ankündigung. Hier guckt aber keiner raus. Nein, aber... Unschloß, ich lag hinterm Boot. Ach, hier aus dem Gang. Kuppa, ein Gang. Ja, Kuppa. Äh, äh... Ich hab ihn gesehen. Ich lag hinterm Boot da. Hinter dem Boot da unten im Bootshaus, wo man direkt zur Geisel... Noll! Fuck, der ist auch da und der ist auch da und bei mir. Feind draußen entdeckt. Ähm... Deswegen hasse ich diese Map, weil hier nur... Das ist COD oder Counter-Strike. Ja, ich hol die schnell, Daniel. Ich hasse diese Map. Das hat mit dem Spielprinzip nichts zu tun. Bleib da, ich kill den. Oh, er ist schon gestorben oder was? Keine Ahnung. Doch, scheinst doch, ja. Ja, Basmatt hat den doch gekillt gerade. Achso. Da war aber noch einer irgendwo. Ja, im Gang war einer. Im Gang war einer, ne? Zollgang, ja. Oh. Eingang Zollhaus. Fuck. Alter, was geht's ja schon wieder? Boah, das sind glaube ich vier Counter und eh nur hockt da unten drin oder so. Ja, Alter, ich... Deswegen hasse ich diese Map so sehr, weil das einfach Counter-Strike ist. Spiel ist lieber Basis oder Yacht. In der Tat. Wow, hallo. Wo? Lass mich da schauen, ich hab die Snaver. Wo war er denn? Ja, ich glaube im Haupteingang. Wo im Haupteingang? Ich weiß es nicht, ich hab nur den Schuss gehört. Wie weit bist du denn bei Noir, Junge? Wow, ich fall durch die Map. Geil. Ja, sieben von zwölf. Meine... Okay, meine Kamera kann ich erst noch vergessen. Geil. Ja gut, die ersten vier Fälle, in Anführungszeichen, das ist ja halbe Stunde. Oh fuck. Aber jetzt, das Gute dabei ist halt, die... Ich bin der Operator von meiner eigenen Truppe. So, jetzt pushen sie Cooper. Pullen sie mir grad raus. Oh mein Gott, meine eigenen Truppe. Ja, die Sequenzen, die ich vorher nicht skippen konnte, die kann ich ja jetzt skippen. Und ich kann jetzt auch immer mit meinem Partner zum Tattoo quasi fahren lassen. Hm. Das war's halt. Du musst die Fälle her jetzt auch, sag ich jetzt mal, nicht auf 500 Prozent bringen, wo so ein größerartiges Nachdenken oder so. Und die Straßenverbrecher lasse ich auch aus. Ja, Counter-Strike-Map. Deswegen hasse ich diese Kanal-Map so sehr. Hm. Weil... Alle irgendwo rumlaufen und, weiß ich nicht, ich finde, ich finde es einfach nicht gut. Für dieses Spielprinzip. Ich mag es auch nicht. Mir ist der Takt zu groß, muss ich sogar sagen. Ja, passt ja dazu. Sagt. Die Größe lädt ja dazu ein, zu Counter. Ist ja richtig, aber... Das passt mir nicht. Du bist irgendwie nirgends sicher als Angreifer. Ich finde es so, wie hier die... Muss ich sagen, von der Größe her ist die Rock-Up-Bars schon ideal. Oder die Bank und so. Aber das hier ist einfach too much. Ja. Ja. Definitiert. Obwohl, ich darf ja eigentlich gar nicht muten. Ich muss ja die große Wand dazu machen. Mach zu, ich mute doch. Ja. Und da ich höre schon eine. Ja, aber ihr müsst trotzdem Barrikaden setzen hier. Hoppisch. Setzst du hier hinten eine Barrikade-Sub noch? Hier, dann ist eigentlich komplett abgemutet. Sollten sie eigentlich nicht reinkommen. So. Schauen wir mal. Es bleiben 10 Sekunden. Hier bei mir kann auch noch ein Reinforcement hin. Außer hier wird aufgerissen. Geisel wurde nicht lokalisiert. Ah, zu lang gebraucht. Jetzt wieder das Ding offen, die Tür und keiner hat's Zug gemacht. Ah, ich kann mich mal in die Dusche. Tür wird gesichert! Stuhl über. Ne, das war unser Mid-Guy. Das hat jemand anders aufgemacht. Ja, das war unser Mitstreiter-Sub. Hm, ich bin nur durchgeschlüpft. Okay, da ist Reinforcement hier mal Quark, aber... Wollen wir hier eine Barri... Ne, hier ist jetzt... Hier können wir vielleicht mal eine machen. Ja, aber ich wollte das, weil... Direkt zum Geiselraum und so. Hier drüben fehlt noch eins zur Außenwand. Oh, ja gut, das wusste ich nicht. Das hätte man mir vorher sagen sollen. Ich höre schon einen. Dann gucke ich mal Camps. Oh, die sind hier schon. Die sind hier schon. Garage. Daniel, pass auf. Ich bereite ein Mästchen vor. Boah. Es gibt auch keine Kamera hier in diesem verkappten Keller, ey. Außer die hier. Sag mir mal Bescheid, wenn es eng wird. Kopa, ich gucke hier die Kamera für dich. Ich sage dir Bescheid, wenn... Oh, die schießen schon. Hallo. Fast mal das auch. Okay, tschüss. Scheiß, Daniel. Was hast du denn? UMP-Spielst du, ne? Kopa, wenn ich schreie, kommt rechts von dir. Okay. Die wissen aber trotzdem, wo ich bin. Ich kann also nicht ewig... Ich kann ja eigentlich nicht bleiben. Einer ist auf dem Dach. Der kommt von oben. Der ist ein Schild. Der Blitz. Der entscheidet sich jetzt um, weil ich den mit der Kamera die ganze Zeit scoute. Nice, Daniel. Schild ist oben. Oh. Auf dem Dach noch. Und läuft alleine. Irgendwo hier im Nebenraum haben sie da was. Gash. Vor allem läuft Schild alleine. Kopa, wenn ich schreie, ist die Treppe rechts von dir, wenn du nach vorne läufst in den Gang, ne? Okay. Ja. Also, wenn du hier neben dem langen Gang guckst, wo du eben gerade die ganze Zeit geguckt hattest. Dann kommt der Treppe, weil da könnte der Blitz nämlich kommen. Mhm. Der kommt von oben zu. Wahrscheinlich. Ich weiß aber nicht, ob da noch einer ist. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ah, da, da, da. Pass mal auf, Kopa. Ja, der kommt jetzt. Ich hör die Steps. Nice. Blitz is down. Der hat den, Basmat hat den weggekautert. Sehr schön. Nice. Okay, jetzt nur noch einer. Jetzt spür ich keinen, jetzt spür ich keinen Müll. Ja, der kommt hier. Wo hier? Fuck. Der kommt da, äh, garage. Durch die Tür da. Boah, da hab ich aber auch schlecht geschossen. Ich wollte da grad ein bisschen näher ran und dann kam der da gerade zugelaufen. Ja, Sub, du sagst Bescheid, wenn der durch ist. Ich guck meine andere Tür. Ich guck hinter uns die Tür. Aber hinter dir ist der. Da hinter dir. Andere Richtung und dann rechts den Gang da. Da, Kopa. Oh, da. Da der Gang und dann lang durchgucken. Oder ist da gar kein Gang mehr? Da wo Sub ist. Ne, da ist schon da wo Sub ist. Achso, da ist bei dir schon draußen. Okay. Hier ist der, Daniel, ne? Dahinter, ne? Da so. Wo bist du? Da, ne? Ähm, ja, genau. Ja. Okay. Ich weiß aber nicht, ob da immer noch ist. Das ist. Ja, ich guck, ich guck deswegen hier. Deswegen soll Sub sagen, falls da was ist. Weil sonst kann die mich von hinten machen, die Ersch. Das ist Kopa. Okay, jetzt hat's hier irgendwo anders gefunden. Das war hier bei mir irgendwo hier hinter. Und sonst ist ja nix mehr. Alles gut. Okay. War oben. Okay. Die ist eine Etage über uns. Kopa, komm mal mit hier nach unten, bitte. Naja, ich bin hier unten. Na gut. Nicht, dass die dich jetzt weghaut. Keine Sorge. Ich versteck mich ausreichend. Das ist vier gegen einen. Fünf gegen einen waren wir. Ich beertrachte mal quasi den Stockwerk über euch, die Treppe, wenn da was dann sollte. Ich guck nochmal Kameras ab. Ich bin ja recht safe grad. Ja, warte mal. Da hab ich sie irgendwo gescannt. Pass auf, Kopa. Ich sag dir, wenn die die Treppe runterkommt, okay? Das ist der einzige Spot, den jetzt von oben runterlaufen kann. Mhm. Oder da nicht. Kannst du mal was gucken? Bei Kopa. Jun, Jun, Jun. Bei dir irgendwo. Ja? Hä? Wo hatten die gehen geschossen? Irgendwo hier. Die hat eine Reinforce Wand geschossen hier. Hier oben ist sie nicht. Hä? Ah, die kommen Treppe runter. Treppe runter. Treppe, Kopa. Rechts von dir also. Die Haupttreppe. Da. Ah, da. Treppe rechts. Nach vorne kommen rechts, Kopa. Ich hab's gesehen. Jawoll. Da, wo ich doch die ganze Zeit gesagt hab, Kopa. Wenn ich Bescheid sag, dann hause weg. Nice. Ah, da. Die hat bei dir weggesprengt, Sub. Neben dir die Wand hat sie weggesprengt. Nicht bei mir. Ja, erst hat sie bei dir drüben irgendwas gemacht. Ja, da war aber... Da hat sie in eine Reinforce Wand geschossen. Dann machen wir doch noch Fetscher. Nice round, Daniel. Mhm. Und Basmutter hat auch zwei gekauft. Da war ich ein bisschen zu risky bei der Ash. Da wollte ich dann mal gucken. Guck ich mal noch, geh ich mal langsam Richtung Tür vor. Wenn sie kommt, dann hab ich noch bessere Chancen. Aber dann kam sie mir hingegen. Das darf man sich aber erlauben bei zwei Kills. Wenn noch alle am Leben sind. Dann darf man auch killgeil sein. Jo. Ne. Och. Ich hoffe, die sind diesmal im Tower, damit... Ich gleich... Das sieht echt so. Sehr schön. Okay, die sind Stockwerk über... Da... Über... Was... Da, wo der Van drin steht. Zollamt oder Tower? Äh... Müsst die Tower sein. Ja, wir sind ja Tower and Steps. Oben auf die Treppe stehst du. Tachanka. Tachanka. Tachanka, nice. Okay. Hab sie. Nice, Daniel. Boah, Basmutter hat eine verbackte Drohne. Bei mir nicht. Kessel. Die sind Tower-Gebäude da hier, also Vorsicht. Vorsicht. Aber hier... Hier haben wir doch mal die Geise. Ganz gleich haben wir Fenster aufgemacht, reingegangen und raus. Eine war noch Kessel. Also ich werde versuchen, an den Fenstern Stress zu machen. Frag mich aber nicht, wo der ist, der ähm... Wo der Tachanka sein Ding aufgebaut hat. Noch hat er es glaube ich gar nicht aufgebaut. Oder wo er es dann aufbauen wird. Pass auf, wir könnten jetzt wieder richtig schön... Wir könnten jetzt hier schön durch... Ab wie? Durchschießen. Okay, Fenster sind zu beim Tower. Zumindest in unserer Richtung gerade. Das ist doch eine Kamera da hinten. Leut! Unten! Leut! Der ist rausgedauert unten die Tür. Ist klar, Alter. Ist klar. Der ist schon ganz unten draus. Ich hasse diese Kack-Map ohne Spaß. Komm, komm, wir mit Daniel, wir gehen dahin zu dir sein. Ja, aufschließen. Habe ich den nicht schärfer? Ne, wir haben Geister. Ne, ne. Das ist so essig, Alter. Da ist Fenster auf. Da ist Smoke. Der guckt aus dem Fenster raus. Ich habe ihn schon getroffen. Ja, pass auf, der war ganz unten eben gerade noch in uns Überbootshaus rausgelaufen. Zum Gott, nein, Alter, diese Map ohne Spaß. Das hat nichts mit Rainbow Six Six. Hier, wo ich bin, ich habe auch keinen Account. Und außer für den Fenster, wo ich gerade draufkomme. Soll ich mal gegenschmeißen? Ah, ne, passt schon. Was von, wer hat da gehetched heute mit Blitz? Äh, der, random. Daniel, pass auf, du kannst durch den Fenster da abgeschossen werden, links, ne? Binten. Links. Da ist eine reinforcede Wand, gegen die du gegen schießt, Koopa. Ich meine Koopa. Ja, ich weiß, ich habe da irgendwas blinken gesehen, deswegen dachte ich, das war irgendwas. Bah, Kamera. Hat sich bestimmt verpisst, dass Smoke rechtlich angeschossen hat. Ja, irgendwie auch mal stark von aus. Und jetzt treibe ich sie nicht. Oh Gott. Ja gut, das war doch von mir aber. So, ja. Äh, wo bist du, wie bist du gestorben? Ja, ich habe die Kamera anvisiert gehabt, es kam da eine Chancar gegen. Ja, das war nett so. Ja. Schmarte, bei der, bei dem Loch. Ich mag die... Da ist doch doch! Oh! Da geht's ja. Ich glaube, der ist unter dir, Sub. Ja, direkt unter dir. Das wäre so lustig gewesen, wenn du den jetzt gekillt hättest. Das wäre so fucking lustig gewesen. Aber die haben dabei auch gemacht. Ah, die werden jetzt greedy. Ja, die können nicht nach oben kommen, deswegen. Also... Auch die können sich rappeln. Ja. Können Verteidiger das? Ja. Ich habe gerade, wo er verteilt, äh, für einen draußen enttippt. Er kauft einen Pferd, der greedy. Nee, jetzt... Der ist wieder reingelaufen. Also wenn du da links runter springst, bist du glaube ich instant tot. Ich habe gerade bei mir Luft in der Hand gehabt. Hm, bei mir. Gerade mit deinem Tatjanka. Ja. Jetzt haben wir MG sogar. Ja, der hat's MG jetzt auch umgedreht. Der zieht jetzt aufs Loch. Das ist aber der einzige im Raum, Alter. Das ist nur der. Wenn du den machst, ne? Und dann die geile Badass da rausnimmst und abhust. Ohne Spaß. Wenn du den machst mit 180 Grad No-Scope. Ich hatte den Junker. Versuchloswert. Ja, aber wenn den gemacht hätte, ist ein Geile, weil keiner war da in der Nähe. Hätte ich die Chance gehabt. Oh Gott. Das wäre mega lustig gewesen. Aber war back pünktlich. Ja, genau dann setzt er sich auch ans MG, ne? Ich glaube, der hat es gehört. Genau dann setzt er sich auch ans MG, ey. So ein Wichser. Jetzt kann ich ja nicht wieder Chaos sagen, ne? Boah, bitte schnell weg von der Map, ey. Wirklich. Das ist echt so. Ist ekelhaft. Es schockt nicht. Das hat einen Grund, warum ich nicht Counter-Strike spiele. Oder, äh, sondern deswegen gerade Rainbow Six Siege. Weil es halt anders ist. Fresh und neu. Und das, ähm, dieses Mal bringt das nicht. Ah, hier war irgendwo ein Schlitz, ne? Warte mal. Ja, in dem kleinen Nebenraum. Und der Rainbow Six Siege ist auch nicht so jung, aber... Da ist Schlitz. Hier in dem kleinen Nebenraum. Ja, ja, ja. Nein, bald, okay. Na egal, kann ich noch rennen. Hast du abge... Okay, dann mute ich die Castle-Fenster. Ja. Ich muss mich um die Wand kümmern. Wenn ich sag... Keine Ahnung wie. Wahrscheinlich wieder unten durchgeguckt. Oder so. Keine Ahnung. Wir können ja nicht immer ständig irgendwo durchgucken. Was soll ich noch reinforcen? Ah, hier. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Eigentlich würde ich jetzt mal gerne aufs Fenster schießen. Ich würde eigentlich jetzt mal counteren gehen wieder. Dann try it. Mach ich jetzt auch. Armeenix telefonieren. Kann hier noch einmal ne Balkaleine machen? Hier? Okay. Kupa. Ich bin nämlich jetzt im Keller. Da werde ich sie alle holen. Ich würde ja fast mal... Irgendwann muss ich das mal probieren. Ob man eigentlich die Geisel elektrisieren kann. Der Schlacht drauf. Außen ist alles tot. Außen ist alles tot. Nein, dann stoppt die Geisel und wir haben verloren. Aber ich habe zumindest das schon mal gehabt, dass es da nicht war. Aber deswegen bin ich mir... Ich habe letztens das erste Faktenvideo gesehen. Wenn jetzt Angreifer die Geisel in den Schocktrager oder Verteidiger setzt und die stirbt, dann haben die... Mal, wir können ja als Verteidiger die Geisel auch kaputt schießen und müssen die dann wiederbeleben. Wenn die Zeit abläuft und wir beleben sie nicht wieder, dann ist Runde auch verloren. Die, die der Schocktraz setzt, haben wir verloren. Okay, die sind vor euch schon mit Drohnen, Sub und Daniel und Kupa. Hm. In dem Korridor auf. Schöne auch gerne in den Steps. Na, die schießen da, oder ist die Tür durch? In dem Korridor, in dem Korridor, in dem langen Korridor gehen die Fenster auf. Hm. Zwischen den Beinen holen. Nice, Bastmatte. Nice, Bastmatte. Oh leu. Jetzt habe ich schon wieder rausgetappt. Fenster, guck du auf die Fenster. Ja, der hat von unten halt geer... Da gab's ein Update irgendwie, dass wenn man aus dem Spiel raustappt, dass die Aufnahme nicht mehr unter... stirbt. Alter, Bastmatte, ey. Macht der jetzt hier einen Ace, oder was, der Junge? Ich höre ihn, an der Wand hier direkt. Ah, da oben, da oben, da oben. Ja, ich habe seinen Schatten gesehen. Ich habe hier seinen Schatten gesehen. An den Fenstern? Ich habe seinen Kopf gesehen. Ja, und der deiner auch anscheinend. Neu, Fenster oben, meine Etage ist noch einer. Ja, ich habe ihn ganz kurz gesehen. Buck, Buck ist noch bei mir. Ja, hast du ihn weg, Sub? Ja, das war echt draußen. Achso, außen, aber nicht der, der bei mir hier war. Das war außen, Eschen. Der ist noch draußen. Der ist rausgelaufen, ja. Der ist hier rausgelaufen, der kommt jetzt über Fenster wahrscheinlich. Aber weißt du was? Heute ist für mich das Gegenteil von gestern. Oder vorgestern raus. Ah, ich bin auch noch nicht warm. Wenn ich ehrlich bin. Ist okay. Deswegen fange ich mal schon 10 Minuten vorher an und mache eine Terroristenjagd. Ein bisschen zu gucken, ob ich im Flow bin. Ich glaube, schön hier draußen, in den hohen Steps. Ja, der ist, glaube ich, auch hier draußen. Ich habe noch ein bisschen Angst. Komm, spring mal raus. Der ist hier irgendwo. Komm. Rück, butt, butt, butt. Ist du ganz draußen? Ja, ja. Komm jetzt aber wieder rein. Ja, ich würde da bleiben. Ja, ich guck auf das Fenster bei Daniel. Sehr schön. Die Geiselgruppe. Alter, vier Kills. Nice one. Nice Runde. Buzz Mathe hat in den beiden Verteidigungsrunden echt acht Kills gemacht. Nee, sieben Kills. Einmal drei, einmal vier. Nice one, ey. Wir werden gerade hart gecarried. Zwei, zwei. Wir müssen gerade überhaupt hochladen. Daniel oder ich. Okay. Die Runde jetzt entscheidet. Oh, wir verteidigen wieder. Das ist gut. Ja, bisher haben wir immer die Verteidiger gewonnen. Es wird die ein bisschen ärgern, dass die jetzt angreifen. Schauen wir mal, ne? Ja, ich kann noch ein bisschen drauf an, welchen Raum wir kriegen. Ich sage dazu nichts, warum die Verteidiger die ganze Zeit gewinnen. Ich habe einen Assist halt mehr als du. Ja, aber unter muss Daniel hochladen. Und mehr Punkte hat Daniel. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum. Find ich nicht so geil, den Raum. No. Ja, hier kann ich auch nur einsetzen, weil ich jetzt gleich wieder eine Wand machen muss. Und zwar die nach draußen. Den Raum finde ich überhaupt nicht geil. Den hasse ich eigentlich sogar. Ja, könnte auf jeden Fall, wenn die Runde beginnt, kann man auf jeden Fall die drei Castle-Fenster muten. Äh, ne. Ich mute mit Daniel nämlich hier. Ich mute hier noch einmal. Ich kann nur ein Castle-Fenster muten. Ne, ne. Weil dagegen kann der Thatcher geworfen werden. Aber gegen die Fenster nicht. Ich meine am Start aber nicht... Falls noch ein Reinforcement da ist, können wir hier hinten bei mir grad noch... Ja, mach ich. Wo bei dir? Hier. Okay. Okay, mach Kupa. Gut. Ich guck mal hier aus dem Fenster an. Jetzt mach ich mal den Wichser. Ja. Und dann friss deinen Hatter. Okay. Anscheinend kommen die jetzt von der Seite hier. Hier gibt's noch einen dritten... Hast du noch einen Mute für die Castle-Wand hier? Nein. Ich hab keinen Mute mehr. Kannst du ja die von der Tür wegnehmen. Die wird instant gekillt. Die, wo ich gerade stehe. Ja, aber noch haben die... Ja, vorsichtig. Statt neben dir. Wo bist denn du? Den soll ich wegnehmen? Ja. Für welche Castle-Fenster? Ja. Was dann geil, dann können sie ja nicht mal von den Fenstern kommen. Weil so eine EMP kann... Ja, okay. Von den ganzen anderen Tower-Fenstern könnten die kommen, ne? Da geht's los. Schade. Ah, ich stehe. Nicht so geil. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Schade, schade. Stand gerade keiner davon. Fürs C4. Kann ich da dunzen? Eine giftige, kleine Gerlchen. Ich seh aber keinen Fall. Schön passt, oder? Alter, wie hat der uns gerade carried, ne? Echt? Mhm. So hart wurden wir noch nie vom Random gecarried. Echt, ne? Das ist schon krass. Ja, die machen da auch noch auf. Ah, der, äh... Der Firmite sitzt hinter dem Dings, hinter dem, äh... Wie heißt denn? Oh, ich hab ihn gesehen, der hätte mich... Ich hatte Gas in der Hand und der hat mich gesehen. Drohne. Drohne. Drohne kaputt. Daniel, wo da? Ja. Vorsicht da, Zapp, bei dir links von dir ist... Wir sind weg an der Tür. Oh, die schießen auf mich. Ja, die schießen auch auf mich. Hinter dir links könnt ihr die Tür aufmachen, Zapp. Da guck ich drauf, okay? Ich hab schon einen Schaden zugefügt. Der ist bei Zapp da hinter der Wand quasi. Ja, der muss erst mal bei mir hier vorbei. Ja, trau... Daumgebir. Kuba, hier durch die Tür. Nice up. Nice, Jungs. Ich hab auch einen voll... Ich hab auch einen vollgemeinen Spot. Ich hab einen vollgemeinen Spot für die... Es hat die letzten beiden Tage richtig hart. Jetzt mal schon drei Parts abgestoppt. Nein! Der kommt wieder vorgekrochen. Ich hab ihn... Ich hab sie aber schon relativ... Ich hab keine Ahnung, wie ich gestorben bin. Von draußen? Nein, von einem Slash. Von wo? Mit Granate. Oh, noch eine Granate. Geh weg, geh weg, geh weg. Geisel, der ist wieder auf, wo ich gepokert. Sehr schön. Boah, gegen die Oschficker, ey, gewonnen. Das ist bei sein für die Seele, ey. Gibt's auch keine Grund, ey. Und ich hab nichts zu beigetragen. Nee. Ja, der Typ gibt mir einfach Header, ohne dass du mich sieht. Ja, Part 42 darf dann auch Sub hochladen. Boah, ich muss dann auch Tomb Raider hochladen. Und 4 müssen wir morgen machen. Ja, in der Tat. Aber 4 bin ich... Nee, bist du dran, ne? Nee, ich bin auch dran. Ich muss alles machen. Ja, Sub macht alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ohne Sub läuft der Puff hier nicht.